So, ich habe da gerade vergessen, äh, ciao zu sagen. Oh. Deswegen sage ich jetzt Hallo. Ja. Ja. Nicht mehr so lange, ne? Gott, meinst du mir nicht mehr so lange? Weiß ich nicht. Bis zum nächsten, bis zum nächsten Cut. Bis zum nächsten Cut? Ja, bis zum nächsten Morgang. Wieso? Die, äh, die Kampagne hat ja eh nur zwei Dinge. Könnten wir eigentlich schaffen. Hilfe, Hilfe! Werd hier runtergezogen. Komm her! Du bist jetzt gerade nicht gekommen, aber, äh, der andere Kerl. Und warum habe ich die Waffe jetzt? Wir müssen weiter. Oh. Tschüss, ne? Boah. Hat er gerade, wow, Francis, wann hast du denn lesen gelernt, gesagt? Ja. Muss. Oh, hier ist nix drin. Warum verliere ich jetzt gerade immer so viel? Kommt der? Ja, gut. Boomer. Ähm, da ist noch... Was ist da? Da waren noch Zombies hinter, echt. Boah, Alter. Hier könnte ihr Tank kommen. Die Map dürfte gleich zu Ende sein. Wow. Fuck, Alter. Ich hab nur noch acht Leben. Wie der da wegfliegt. Oh, der Hitler, ey. Hier ist ein Safe Room. Und da ist ein Medi-Pack. Soll ich dich mal umbringen? Nein. Das bringt mir nicht viel. Nee. Jetzt kommt natürlich auch kein Gangnam Style mehr. Lass mich eben heilen und dann noch eins nehmen und dann machen wir Tür zu. Mach ich da. Ja. Ich kann natürlich jetzt alle umbringen. Mit einem Schuss. Aha. Jetzt kommt natürlich kein Gangnam Style mehr. Schade. Ich hab... Ich hab grad die meisten gekillt. Ja, ich hab dem Tank den meisten Schaden zugegeben. Also wir könnten noch das nächste schaffen. Ja. Komm, mach, mach. Ich hab auch erst gerade drei Minuten aufgenommen. So, hier liegt noch ein Medi-Pack. Wer hat es denn? Ja, mein... Halt die doch mal, ey. So. Die ist geil. So, wollen wir weiter? Ja, ich nehm mir noch eben einen Nahkampf und so. Gibt's da eine bessere? Die gibt's ja eh nur, die Knüppel da. Wieso sprengst du die immer? Keine Ahnung, ich hab Langweile. Der ist grad einfach nur so verschwunden. So ganz stumpf. Wäre da nämlich die letzten. Witch! Wasch'n'lampe aus! Jetzt hat die nämlich keine Musik bei mir. Und da kommt einfach nur so ein Zwischen. So ein ganz lautes. Das in den Ohren wehtut. Bei mir ist dann einfach nur so ein Heilen. Ganz normal. Dann kommt da ja mal die... Oh, das muss ich. Aber ich hab das ja ausgetauscht. Das hat nicht funktioniert. Hätt' ich da gar nicht getroffen. Boah. Aha! Wieso ich? Witch aufgesteckt. Wo bist du? Ich bin hier vorne. Sommer! Scheißflug, ey. Wenn du erstmal wegwürfst. Hilfe! Ich bin fast tot! Schade, die NPCs haben keinen... Ich muss erst heile die Packs mehr. Ich wollte da grad so ne Abkürzung nutzen. Hier oben drüber. Ich tu ihm eben ne andere Waffe. Ah ne, doch nicht. Die reichen. Reicht noch ein bisschen. Warte eben. Da hinten wär dann auch schon, glaub ich, das Finale, oder? Wo denn? Waffen! Da! Waffen! Oder hier. Keine Ahnung. Genau. Wenn man hier dann durchläuft. Ne, hier kann man nicht durchlaufen. Den Molly kann ich mir leider nicht holen. Ich wollte ihn grad mit dem Knüppel töten. Willst du dich heilen? Boah, wie die hier alle ins Skype kommen, ey. Sieht man alles im Video nachher. Steck mich mal eben. Okay, daneben nicht. Ja, ich war grad nicht da. Hier ist das Finale. Glitter. Glaube ich. Und ich glaub, hier kommt ein Tank. Ja, klar muss ja. Wenn er das Finale ist. Ja, hier kam schon mal bei mir ein Tank ohne Grund. Ja. Ne, dann war nur ein Boomer. Boomer. Vielleicht kommen wieder Medi-Packs. Wir sollten echt mehr zusammenbleiben. Sind auch hier zusammen. Ja, eben stand ich aber auch schon weiter weg. Weißt du was? Ich glaub, wir sollten echt weiter auseinander gehen, wenn du die Waffe hast. Ach so. Da ist ein Tank. Oh, 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 oh. Die Lunte brennt. Boah, was war das denn für ein Mist? Ey, stirbt sofort. Ja, zwei Granatwerfer waren brennen. Zwei Granaten, mein. Hat nur noch 46. Ich hab 68. Hup. Wie ich hier nur von dem... Oh, weggenommen werde. Hilfe. Komm mal. Oder bin da. Hab ich da nicht eben ein Medi-Pack gesehen? Ja, hab ich. Verwandtzeugen. Gib mir Deckung. Alter, mein letzter Schuss. Ich hab mir da schon wieder Medi-Pack geholt. Ich hab dann mitgekriegt. So, hier muss man dann rüber und dann ist da das Finale. Glaub ich. Ja, hier ist das. Der Truck auf. Das können wir dann auch noch als Folge machen. Und hier sind Medi-Packs. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, oder? Ja, lass doch noch eben's Ende machen, oder? Ja, ich hab jetzt keine Zeit dafür noch. In dieser Folge. So, okay. So, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich sag ciao. Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.